Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur geflinkten Vermittlung königlichen Wissens. Vom 26. bis 30. Dezember 2021 finden die Schnellschach- und die Blitzschach- Weltmeisterschaft in Warschau statt. An den ersten drei Tagen wird Schnellschach gespielt, fünf Runden, vier Runden, vier Runden und dann Blitzschach an zwei Tagen, am 29. und 30. Am ersten Tag der Schnellschach-WM bzw. nach dem ersten Tag der Schnellschach-WM führen Magnus Karlsson, wenig überraschend, dann aber noch Badur Jobava, der georgische Großmeister und Jan Gschichthoff-Duda mit 400 Punkten aus fünf Partien. Im folgenden Video schauen wir uns aber eine Partie an aus der vierten Runde, die für sehr viel Aufregung sorgte zwischen Rasmus Svane und Anish Giri. Der deutsche Großmeister startete gut ins Turnier und bekam dann in der vierten Runde Anish Giri. Es mit Anish Giri zu tun. Ich glaube, beide hatten zu diesem Zeitpunkt 200 Punkte nach drei Runden. So, gehen wir mal rein. Was ist da passiert? Svane eröffnet mit Springer F3, C5, C4, englische Partie, Springer F6, Springer C3, E6, E3, Springer C6. Wir werden jetzt die Eröffnung relativ fix durchgehen. Es ist alles schon häufig gespielt worden hier und etwas und über Zukunftsstellung erreichen wir einen Damen-Gambit. D4, D5, C, D5, Springer D5, Läufer D3, Läufer E7, Ruchade, Ruchade, A3, CD4, ED4 und jetzt eine ganz wichtige Mittelspielstruktur, die über viele Eröffnungen entstehen kann. Ich habe die auf diesem Kanal auch schon häufig besprochen und Partien analysiert mit dieser Struktur. Das ist hier ein isolierter Darmbauer. Isolani auf D4, so nennt man das, bedeutet, dieser Bauer ist vereinzelt und dieser Bauer gibt Schwarz etwas Raumvorteil. Schwarz hat aber hier einen schönen Springer auf D5, womit er den Bauern auf D4 blockiert. Im Mittelspiel kann dieser Bauer sehr stark sein, weil er Weiß halt Raumvorteil gibt. Je mehr Figuren man abtauscht und desto mehr man im Endspiel landet, desto problematischer wird das für Weiß, mit diesen Bauern zu spielen, weil der ja die einzige Schwäche, Bauernschwäche, auf dem Brett ist. Noch sind aber alle Figuren auf dem Brett. Es geht weiter mit Läufer F6, greift den Bauern an, Läufer C2 geht zurück, macht das Feld frei für die Dame. Springer CE7, Dame D3, droht Matt auf H7, Springer G6. Schwarz stellt einfach den Springer dazwischen. Springer E4, B6. So, Schwarz möchte endlich den Läufer entwickeln, über B7 oder A6. Hauptsache den Läufer ins Spiel bringen. Springer EG5 von Weiß. Dieser Zug stellt erstmal keine Drohung auf, stellt den Springer hier auf, aber es droht hier nichts. Das kann Schwarz jetzt hier nutzen für A5. Läufer damit C7 ist hier sehr stark, laut Stockfish. Das Programm gibt hier sogar Vorteil an für Schwarz in dieser Stellung. Aber A5 von Giri. Wie gesagt, es ist Rapid. Es wird gespielt mit der typischen Rapid Bedenkzeit 15 Minuten plus 10 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Dame E4. Die Dame geht aus der Diagonale raus. Trotzdem Läufer A6, Turm E1. Turm C8. H4. H4 ist sehr logisch, weil mit H5 soll dieser Springer angegriffen werden. Damit man hier auf H7 matt setzen kann. Schwarz tauscht einmal auf G5 ab. Läufer schlicht G5. Läufer schlicht G5. Springer F6 zurück. Greift die Dame an. Sehr konkret gespielt von Giri. Gebt hier ein Problem. Weiß muss den Läufer gegen den Springer tauschen, weil die Dame hat kein Feld. Die muss ja den Läufer hier decken auf C2. Also Läufer schlicht F6. Schwarz muss jetzt mit dem G-Bauern schlagen, weil Dame schlicht F6 kommt H5. Dann hat Schwarz dieses Problem mit dem angegriffenen Springer und er kann nicht wegziehen, weil matt auf H7 dann folgen würde. Hier müsste Schwarz die Qualität opfern mit auf C2, um das matt zu verhindern. Aber natürlich hat Weiß Vorteil nach Dame schlicht C2. Deswegen nach Läufer schlicht F6. Das hatte natürlich Giri alles berechnet. Er nahm jetzt mit dem G-Bauern. G schlicht F6. H5 soll jetzt mit F5 pariert werden, diesem Zwischenzug. F5 ist sowieso eine Drohung, weil immer noch das Problem ist, besteht mit dem Läufer hier auf C2. Deswegen Läufer B3. F5 greift die Dame an. Dame E3. Jetzt gewinnt Schwarz hier sogar einen Bauern. Springer schlicht H4. Aber ihr seht es hier schon am Balken. Die Schwächung des Königsflügels kann Weiß hier ausnutzen und zwar mit der Stellungsöffnung im Zentrum. D5. Attackiert hier mehrere Bauern. Schwarz nimmt jetzt hier raus. Springer schlicht F3 übrigens. Dame schlicht F3 hilft nicht, weil der Druck gegen E6 ist so groß. Hier gewinnt Weiß auf jeden Fall einen Bauern wieder und der schwarze König wird offengelegt. E schlicht D5. Springer schlicht A4. Dame schlicht A4. Dame schlicht B6. Turm B8. Schönere Poste. Dame schlicht A6. Turm schlicht B3. Dame schlicht A5. Turm schlicht B2. Vorsicht, Schwarz droht Dame schlicht F2. Deswegen Turm F1. Turm D8. So, Schwarz hat einen Bauern mehr, aber ihr seht es. Das sind alles ganz, ganz schwache Bauern hier. Alle vereinzelt. Und Weiß kann jetzt problemlos mit Turm A D1 den ja angreifen. Turm A2. Turm D5. Turm D5. Dame D5. Turm A3. Dame F5. So, es wurde viel getauscht, wie ihr seht. Beide haben nur noch Dame und Turm übrig, plus zwei Bauern, aber Schwarz hat hier eine kleine Schwächung. Die Bauern sind hier vereinzelt und der König ist hier offen. Der Weiße König dagegen relativ sicher und die Struktur ist natürlich viel gesünder, intakter. Für eine Engine ist das, egal was ich jetzt hier gesagt habe, für eine Engine ist es total egal. Die kann problemlos hier das Gleichgewicht halten, kann alles ausrechnen, die Drohungen abwehren. Es ist einfach zu wenig Material. Für einen Menschen allerdings ist es praktisch nicht ganz so einfach. Wegen den Gründen, die ich gerade genannt habe. Weil Schwarz hat hier zwei schwache Bauern und der König ist offen. So, jetzt wird viel rumgerührt hier. Ich gehe mal jetzt, die nächste Phase werde ich schnell durchspielen. Dame D4, Dame G5, König F8, Dame C1. Greift den Turm an. Hier folgt jetzt eine Ungenauigkeit von Geri. Turm A4 wäre okay. Würde alles intakt halten, aber es kam Turm A2. Für die Engine ist es eine Ungenauigkeit. Aus menschlicher Sicht ist es eigentlich ein Fehler, weil nach Dame B1 fällt hier der Bauer H7. Doppelangriff. Turm D2, Dame schlicht H7. Turm D1, Dame H6, Schach, König G8. Turm D1, Dame D1, König A2. So, jetzt haben wir hier ein Damen-Menspiel. Unnötigerweise hat Schwarz jetzt hier den Bauern geopfert oder vielleicht gar nicht gesehen, dass der hängt. Weiß hat jetzt hier praktische Gewinnmöglichkeiten. Wir sind jetzt im Bereich der Table-Bases. Das ist jetzt in sieben Züge, sieben Züge. Es sind nur noch sieben, sieben Züge, sieben Figuren auf dem Brett. Und diese Endspiele sind alle ausanalysiert. Die liegen vor, egal welche Endspiele mit sieben Figuren. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal gehabt, wo ich das erwähnt habe. Die Analysen solcher Endspiele liegen komplett vor. Diese Stellung ist ausgeglichen, theoretisch. Aber praktisch kann sie natürlich gespielt werden. Logischerweise, weil ein Mensch kann natürlich noch Fehler machen. Dame D4, Dame G5-Schacht, König F8. Jetzt plätschert das Ganze lange dahin. König G3, F6, Dame F4. Schwarz sollte die Damen nicht tauschen, weil im Bauernendspiel steht er wieder dann auf Gewinn mit Weiß. Dame D3-Schacht, Dame F3, Dame G6, Dame G4, Dame D3, König H2, Dame D6, Dame G3, Dame D4, Dame F3, König F7, G3, König G6, König A3, F5, Dame C6-Schacht, König G7, König G2, Dame E5, Dame C4. Das ist ganz normal, was hier passiert. Es wird halt viel rumgespielt und man hofft dann irgendwie so nach dem Trial and Error Verfahren dem Gegner zu irgendeinen Fehler zu verleiten. Das ist alles. Dame D6, Dame B3. Die kriegen ja auch immer 10 Sekunden dazu für jeden Zug. Das heißt, sie können auch nicht auf Zeit verlieren. Also sie müssen schon unsinnigerweise die Zeit ablaufen lassen, obwohl sie für jeden Zug 10 Sekunden dazu bekommen. Dame F3, Dame C5, König A3, König G6, Dame E2, Dame C6, F3, König F7, Dame D3, Dame E6, Dame C3, Dame H6-Schacht, König G2, Dame E6, Dame D2, König G6, König H3, König F7, Dame G5, Dame D5, Dame H5, König G7, König H4. So, das ist jetzt hier die Stellung, wo wieder was passiert. Nach 64. König H4. Rasmus hat es geschafft, hier so eine kleine Drohung aufzustellen und zwar, er will hier reinlaufen mit dem König nach G5, um den schwachen Bauern zu attackieren und eventuell Dame H6-Schacht zu spielen. Das Problem für Schwarze ist, natürlich kann er den weißen König angreifen mit der Dame, wenn er auf G5 steht, aber dann fällt halt der Bauer F5. Der König kann ja auch was schlagen. Dame D8-Schacht zum Beispiel hier wäre ein großer Fehler, wegen Dame G5-Schacht. Wir würden die Damen tauschen und der weiße König würde hier reinrennen, den schwarzen F-Bauern gewinnen. Der einzige Zug hier, der Remis hält, laut Tablebase, das ist ja ausanalysiert hier, Dame E5, um den Bauern G3 zu attackieren. Ich vermute mal, dass das der Grund ist. Der weiße König kann nicht nach vorne laufen, wegen Dame schlicht. Ne, wegen F4 sehe ich gerade. Dame G3 ist sogar, ist Remis bei F4, gewinnt sogar. Das geht ja gar nicht. Warum gewinnt denn das? König A4? Achso, Dame schlicht H5, König A5, FG3 und der schwarze Bauer läuft durch. Dame E5 ist der Zug, der hier Remis hält. Giri spielte aber Dame C4-Schach. Jetzt läuft der König rein, König G5 und jetzt steht weiß auf Gewinn. Theoretisch. Das zeigt halt die Tablebase sofort an. Es ging ja weiter mit Dame E6, Schwarz deckt den Bauern, aber jetzt kommt der nächste starke Zug von weiß, König F4. Jetzt ist der schwarze Bauer auf F5 zweimal angegriffen und Schwarz kann den nicht decken. Sowas wie König F6 läuft natürlich immer. Ne, hier kommt Dame G5-Schach, König F7, Dame schlicht F5 und weiß gewinnt den Bauern. Gut, König F4, Dame D6-Schach, König F5. So, hier Dame D7-Schach. Was ist übrigens nach Dame schlicht G3? Das sollte jeder von euch wissen. Hier werden die Damen getauscht nach Dame G5-Schach, Dame G5-König G5 und dieses Bauernendspiel ist gewonnen. Dazu habe ich mal ein Video gemacht. Nicht jetzt genau zu dieser Stellung hier, aber das wichtigste Schachendspiel, das jeder kennen sollte. König und Bauer gegen König. Dieses Video müsst ihr euch unbedingt anschauen. Es ist somit das, es ist das basicste, basicste, ich weiß, das Wort gibt es nicht auf Deutsch, ich sage es trotzdem, das basicste Video, was es gibt in Schach. Das basicste Schachendspiel. Ja, und das müsst ihr wissen, wie es funktioniert. Und das hier ist gewonnen. So, Dame D7-Schach, König G5, Dame D2, König G4, Dame D4, König H3, Dame D1. Jetzt wird wieder ein bisschen rumgerührt hier. Dame G5-König A7, Dame F5-König G7, Dame E5-König H7, König G4, Dame B3, Dame F5-Schach, König G7, König A5-König A8, Dame F6-Schach, König A7, Dame E7-Schach, König A8, Dame E5-Schach, König H7, Dame F5-Schach. So, bis hierhin ist die Partie notiert. Ich glaube, hier brach irgendwie die Übertragung der Züge ab. Aber zum Glück gab es jemanden, der das auf Video aufgenommen hat. Und da springen wir jetzt hin. Die Züge, ich muss jetzt ein paar Züge überspringen. Jetzt kommt diese Stellung hier. Ihr seht es, wahnsinnig viel hat sich nicht verändern. Es gibt ein Video, ich habe den Link in die Videobeschreibung reingepackt, wo man den Rest der Partie sehen kann. So, Weiß steht auf Gewinn. Er hat zwei Bauern mehr. Warum gibt Giri nicht auf? Ganz einfach, weil es ist nicht so trivial zu gewinnen. Die schwarze Dame kann halt rumnerven. Die kann halt ständig Schachs geben. So, die Table Basin zeigen auch verschiedene Züge an, die gewinnen hier. Es geht hier weiter mit Dame E8-Schach. Das ist völlig okay. Dame E8-Schach. Es gibt hier mehrere Züge. Vorsicht, der schwarze König steht hier auf Patt. Der hat keine Felder. Da muss man aufpassen. F6 hier zum Beispiel wäre ein großer Fehler, wäre wegen Dame F4-Schach. König schlechter 4. Stahle Matte. Ja, witzig. Stahle Matte. Das ist Patt. Oder der König geht auf die H-Linie. Da kommt Dame H2-Schach, König FG5, Dame F4 und so weiter. Weiß kommt nicht raus aus diesem Dauerschach. Und es wird Patt. Wer nicht weiß, was Patt ist, der guckt sich mein Video zum Patt an. Dame E8, was Rasmus gespielt hat, ist völlig okay. König H7. Hier begeht er jetzt einen menschlichen Fehler. Nicht aus Sicht des Computers. Dame E3. Er stellt die Dame sehr komisch hin. Ich weiß nicht, warum er die Dame so hingestellt hat. Es war natürlich so, dass beide nur noch so 20, 30 Sekunden hatten und jetzt natürlich auch schon eine halbe Stunde gespielt hatten. Da wird man auch ein bisschen müde. Der überzeugendste Gewinnweg ist Dame H5-Schach, König G8 und jetzt F6. Dame C1-Schach, König G6. Und hier kann die weiße Dame sich auf F5 zwischenstellen. Dame C2, Dame F5 und es gibt kein Schach mehr. So hätte man Fortschritte erzielen können. Aber er spielt die Dame E3. Und man merkt schon, dieser Zug ist nicht so schön. Gieri spielt jetzt Dame D6 und droht plötzlich Matt. Hier, er droht Matt auf H6, völlig verrückt. Und es gibt hier tatsächlich nur einen Gewinnzug jetzt. Es gibt nur einen Gewinnzug in dieser Stellung für weiß. Das zeigt natürlich die Tablebase an. Der Gewinnzug lautet hier Dame A7-Schach. Den König angreifen. Es ist natürlich logisch, weil man gewinnt Zeit dadurch und man gibt einen Schach. Der schwarze König muss weg, König G8. Und jetzt, Dame F2 ist hier ein sehr überzeugender Gewinnweg. Hier wird das Feld gedeckt. Die Dame steht auf der F-Linie, unterstützt den Bauern und kann eventuell auf F5 dazwischen, sobald der Bauer auf F6 steht. Zum Beispiel König A7, F6. Dame D5-Schach geht hier nicht. Wegen Dame F5-Schach. Und es werden die Damen getauscht. Das war ein überzeugender Gewinnweg. Andere Züge gewinnen nicht hier. Das könnt ihr gerne mal selbst auf Leeches eingeben, bevor ihr in den Kommentar hinterlasst, warum gewinnt das oder das nicht. Und dann halt gucken, warum gewinnt das nicht. Das ist teilweise auch sehr, sehr tief. Es gibt hier Dauerschach-Geschichten, wenn die Dame weggeht. Solche Sachen. Was Rasmus aber hier machte, er geriet in Panik und spielte leider König H5. Und das hier, das verhindert natürlich Dame H6-Schach-Matt. Aber, was kam? Es verhindert Dame H6-Schach-Matt in einem Zug, aber es verhindert es nicht in Dei-Zügen. Weiß wird hier matt gesetzt, leider. Versucht das mal zu finden. Wie gewinnt hier Schwarz? Dame H2-Schach. Im Video sieht man, Anish Giri, wie er den Zug aufs Brett schmettert und wirklich fast schon mit Gewalt auf die Uhr drückt. Nachdrücklich. Und Rasmus gab hier auf. Man muss sagen, Rasmus hat sich wirklich gut im Griff gehabt. Ich wäre wirklich ausgerastet. Ich hätte alle Figuren aufs Brett geschmissen und wäre dann Wut in Brand aufgestanden. Weil das ist eine dieser Situationen, wo man echt so beim Schach wirklich ausrasten kann. So eine total gewonnene Partie dann noch so wegzugeben. Natürlich ist man natürlich auch selbst schuld. Ist ja klar, dass man so einen Fehler macht. Rasmus ist cool geblieben, hat einfach Giri die Hand gegeben, hat gratuliert. Ihr könnt euch das Video mal anschauen, könnt euch selbst ein Bild machen. Würde mich mal interessieren, was ist eure Meinung. Das Matt ist übrigens hier nach König G5, Dame H6. Ja, schade für Rasmus, dass er diese Partie noch verloren hat. Bitter, bitter, bitter. So. Es geht weiter natürlich bei der Rapid WM am 27.12. mit weiteren vier Runden. Und am 28.12. werde ich live streamen auf Twitch ab 15 Uhr und werde die entscheidenden letzten vier Runden der Rapid WM live für euch kommentieren. Kommt vorbei. Macht's gut. Checkt auch mal in anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights, The Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Bis dann. Wow. Vander hombre. Öl Bin. Verordnet WM live auch nicht. Verder numberen Elo可能. Verse monе.